hallo hallo grüß euch ich bin heute zu gast bei robert vielen dank dafür und ja wo sind wir heute wir sind heute in meinem greifvogelheit im neuerlichen österreich und wir fotografieren hauptsächlich seeadler hier kaiseradler rotmilan kornwein und natürlich auch elstern und nebelkrähen zum beispiel ja heute hatten wir schon glück haben einige vögel gesehen viele elstern viele krähen ein merlin eben fünf seeadler heute früh ganz weit entfernt ein kaiser adler also es ist ordentlich was los und ja viel spaß mit dem clip das heiz ist mit einem spiegelglas ausgestattet das heißt innerhalb des heizes komplett finster und man sieht eigentlich von außen nichts außer nur das spiegelbild eben und das macht es möglich dass wir die adler her bis auf wenige meter distanz fotografieren können und sie uns nicht bemerken ist dass im regelfall vor 6 uhr im heid und zehn bis zwölf stunden muss man wirklich im heid verbringen bis wir die dämmerung einbricht und bis die adler wieder abziehen also sag mal zehn bis zwölf stunden muss man sicher her sitzen klingt ja klingt anstrengend ist es auch ich durfte jetzt schon einmal da sein das ist mein zweites mal jetzt hier und ja es kann sich irrsinnig ziehen aber es lohnt sich jedes mal bis zum trip Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Denn es gibt einen brandneuen Gasofen und wir haben diese wunderbaren Fußwärmer. Da kommen einfach Teelichter rein und die wärmen 4-5 Stunden lang. Damit sich das CO2 nicht zu stark anreichert, hat Robert diese Ventilatoren zur Belüftung jeweils auf den Seiten. Und es gibt auch noch ein CO2-Messgerät, was auch noch die Temperatur anzeigt. Und ja, wir haben mollig warme, knapp 18 Grad und das lässt sich hier wirklich aushalten. Und ja, wir haben noch ein CO2-Messgerät. Und ja, wir haben noch ein CO2-Messgerät. Ja, wir haben noch ein CO2-Messgerät. Und ja, wir haben noch ein CO2-Messgerät. Untertitelung des ZDF, 2020